Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber ich trete ja am Sonntag, den 29. September, in Brandenburg im Theater auf mit meinem neuen Programm Alles Mega. Und das wird verdammt lustig, das kann ich garantieren. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017